In dem Programm geht es darum, Jugendliche und junge Menschen, junge Erwachsene vorzubereiten, auszubilden, damit sie mit Jugendlichen in Schulen oder auch in anderen Jugendgruppen über Themen wie Diskriminierung, Rassismus und Antisemitismus sprechen können, sie vorbereiten, mit ihnen Diskussionen gehen und quasi denen die Möglichkeit geben, gesellschaftlich erlernte Diskriminierungsformen wieder zu verlernen. Viele Jugendliche sind total interessiert an den Themen, weil sie selbst davon betroffen sind oder solidarisch sein wollen und deswegen ist es total wichtig, dass sie geschult werden darin einen bewertungsfreien Raum zu schaffen, in dem sie mit anderen Jugendlichen, jungen Menschen ins Gespräch kommen können und das dann auch weitertragen können. Hast auch du Lust, mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu Themen wie Diskriminierung, Rassismus und Antisemitismus zu arbeiten? Wir würden uns freuen, wenn du dich bewirbst und beim nächsten Kurs dabei bist.